Egal ob Pelé, Messi, Ronaldo, Maradona, Zidane, Baggio, Benzema oder Raphael. Wenn man sich die Anzahl an offen religiösen Fußballprofis anschaut, bekommt man irgendwie das Gefühl, dass es sich im Fußball nur noch um den Glauben dreht. Denn wenn ich euch danach frage, wie viele offen religiöse Fußballer ihr kennt, würdet ihr mir locker 10, 20 Fußballer aufzählen können. Aber wenn ich euch fragen würde, welche offen nicht religiöse, gottlose oder atheistische Fußballer ihr kennt, würden viele sicherlich lange überlegen und bemerken, dass es kaum offen atheistische Fußballprofis existieren. Es wäre so, als würden offen nicht religiöse Fußballer entweder aussortiert oder werden gezwungen, ihre Fresse zu halten. Ob der Glaube wirklich einen riesen Einfluss auf den Profifußball hat und warum es kaum noch offen atheistische Fußballprofis gibt, versuchen wir im heutigen Video zu beantworten. Bevor wir das tun, ein kurzer Disclaimer. Da ich weiß, dass ich eine sehr junge Community habe und nicht weiß, ob sie die Begriffe Atheisten oder Agnostiker eigentlich kennen, werde ich die euch hier kurz mal erklären. Atheisten gehören zum Atheismus und lehnen jegliche Existenz eines Gottes ab. Sie persönlich sagen, dass es keinen Gott gibt oder gegeben hat. Ein Agnostiker, dazu zähle beispielsweise ich, gehen davon aus, dass es so etwas wie einen Gott geben kann. Das heißt nicht, dass es Gott zu 100% gibt, sondern Agnostiker sagen, dass sie es nicht wissen und deshalb auch nicht religiös sind. Das ist beispielsweise wie die Existenz von intelligentes Leben auf anderen Planeten. Du kannst nicht sagen, dass Aliens zu 100% nicht existieren. Du kannst aber auch nicht sagen, dass Aliens zu 100% existieren. Solange man sie nicht findet oder sie uns, werden wir nie wissen, ob es sie gibt oder nicht. Du kannst stand jetzt nur daran glauben oder nicht glauben. Ein 100% gibt es dort nicht. Auch wenn zwischen den beiden Begriffen ein Unterschied besteht, werde ich weiterhin Atheismus sagen, damit wir nicht durcheinander kommen. Wenn ich einen Agnostiker Atheist nenne, meine ich nur, dass er gottlos oder nicht religiös ist. Auch muss ich noch erwähnen, dass ich keinen seinen Glauben absprechen möchte und sage, dass dieser schlecht ist. Ihr könnt glauben an was ihr wollt. Ob ihr an, keine Ahnung, Gott, Allah, Jesus oder Buddha glaubt, ist mir scheißegal, solange ihr gute Menschen seid und niemanden damit auf den Sack geht. Es ist mir egaler als die Menschenrechte in Katar. Beginnen wir mit der ersten Frage. Gibt es überhaupt offen atheistische Fußballer? Ja, gibt es. Sogar mehr als gedacht. Der bekannteste Fußballprofi, der sich offen als Gottlos bezeichnet, ist der niederländische Spieler und Trainerlegende Johann Cruyff. Johann Cruyff sagte mal zum Thema Religion folgendes. Ich glaube nicht an Gott. In Spanien machen alle 22 Spieler vor einem Spiel das Kreuzzeichen. Wenn es klappen würde, würde jedes Spiel unentschieden enden. Auch der aktuelle Cheftrainer von Manchester City, Pep Guardiola, hat bestätigt, dass er Atheist sei und nicht an die Existenz eines Gottes glaubt. Wenn ihr wissen wollt, wie viele atheistische oder nicht religiöse Fußballer es noch gibt, habe ich ein bisschen recherchiert und insgesamt 12 weitere bekannte Namen auswendig gemacht. Jedoch sind im Vergleich zu den christlichen oder muslimischen Fußballstars die Anzahl an offen atheistischen Kicker trotzdem deutlich niedriger. Warum gibt es denn so wenige offen atheistische Fußballprofis? Der erste Grund, warum es kaum offen atheistische Fußballspieler im Profisport existieren, könnte daran liegen, dass die meisten Spieler aus einem Land stammen, die mehrheitlich religiös sind. Beispielsweise Länder wie Brasilien, Spanien oder Italien. Länder, wo mehrheitlich nicht religiöse Menschen leben, wie zum Beispiel Nordkorea, Estland, Hongkong oder China, sind in Sachen Fußball absolut keine Größe. Wenn wir uns die 12 gottlosesten und atheistischen Länder auf unserer Erde anschauen, ist bis auf die Niederlande, Uruguay und vielleicht noch Tschechien keine von denen eine Fußballmacht, die 1000 neue Spieler produzieren. Auch muss man bedenken, dass so 15,6% der Menschen auf unserem Planeten überhaupt Atheisten sind und es auch rein logisch gesehen deutlich mehr religiöse als nicht religiöse Profifußballer gibt. Aber wenn wir den Fußball betrachten, sind es trotzdem immer noch zu wenige atheistische Fußballprofis, wo wir bei meinem dritten Grund kommen, die Bildung und das Einkommen. Denn laut einigen Studien haben religiöse Menschen im Gegensatz zu nicht religiösen Menschen durchschnittlich einen niedrigeren Bildungsgrad und haben durchschnittlich auch ein niedrigeres Einkommen. Was nicht daran liegt, dass jeder Mensch, der an Gott glaubt, gleich dumm und nicht gebildet ist, sondern dass Länder, die sehr arm sind, auch meistens sehr religiös sind. Dazu zählen beispielsweise Länder wie Brasilien, Argentinien oder einige afrikanische Länder. Und wir kennen alle diese Geschichten. Kleiner brasilianischer Junge, seine Familie kann sich kein Essen leisten, bekommt einen Fußball und wird Profi. Genau diese Spieler sind häufig sehr streng religiös und wollen dies auch offen zeigen. Wo wir zu meinem letzten Grund kommen. Sehr religiöse Fußballprofis haben zum Gegenteil zu nicht religiösen Fußballprofis immer ein bestimmtes Ritual. Zum Beispiel beten einige streng religiöse Fußballer vor einem Spiel oder machen nach einem Tor das Kreuzzeichen oder zeigen zum Himmel. Auch bei Interviews merkt man, ob jemand religiös ist oder nicht. Beispielsweise indem man sich bei Gott bei einem Sieg bedankt. Ein Atheist oder ein nicht religiöser Fußballprofi hat so etwas wie ein Erkennungszeichen oder ein Ritual beispielsweise nicht. Auch wissen viele nicht religiöse Fußballer, dass das Thema Gott und Glauben ein sehr sehr sensibles Thema ist und es nicht gut ankommt, wenn man bei jedem zweiten Satz sagt, dass man nicht an Gott glaube. So würde man sich eher unbeliebt bei streng religiösen Fußballfans und Fußballregionen machen und es könnten Sponsoren wie auch Fans abspringen. Genauso auch wie viele homosexuelle Fußballer leider ihre Sexualität lieber geheim halten, anstatt sie offen zu zeigen, weil sie nicht wollen, dass Leute, die sehr streng religiös sind, sie hassen. Was leider heutzutage alltäglich ist, was auch scheiße ist. Auch ein wichtiger Punkt, den ich gerade vergessen habe, es ist halt auch Privatsphäre und es gibt sicherlich auch viele streng religiöse Fußballer, die es noch nie in die Öffentlichkeit getragen haben, weil es denen die Öffentlichkeit halt nicht angeht. Das ist auch noch ein Grund. Ja Leute, das war es jetzt auch mit diesem Video. Wie fandet ihr dieses Thema Fußball und Religion? Ja, ein bisschen komisches Thema, aber ist mir jetzt egal. Sollte Religion genauso auch wie Politik zum Beispiel nichts in Fußball zu tun haben oder sagt ihr, mei, solange niemand seine Meinung aufdrängt, ist alles in Ordnung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Es ist ein sehr sehr emotionales Thema. Diskutieren ist erlaubt, aber wenn ihr diskutiert, bitte freundlich und sachlich. Das war es mit dem Video. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.